Das letzte Schreiben im gleichen Komplex kommt wieder aus Belgrad, an das Reichssicherheitshauptamt 2D3. Zum Schluss ist noch ein sechstes Schreiben, was auch innerhalb der gleichen Behörden gewechselt wird. Das ist in der Eastern District, an Originate Office Nummer 2, signed by the Security Police Officer, signed Rauf. This concerns the supply of the vans. The second document, also marked D3, 2D3, following letter originates in Belgrade and deals with trucks. Written by the Commander of the Police Security in Belgrade, the fourth letter on the Commander of the Security Police in the Eastern District, addressed to the Commander of the Security Police in Mothinia, White Mothinia. The sixth letter is from Belgrade, addressed to the Department 2D3, the Head Office for Rights Security. And the sixth letter is also within the same framework and the authority. I asked the witness if he ordered the supply of these vans, the gas trucks, or did he see to their functioning. Angeordnet, noch geregelt und war darüber hinaus überhaupt nicht befasst mit der Angelegenheit. Die Schreiben, die hier in diesem Dokument vorliegen, zeigen ausnahmslos das Aktenzeichen des Amtes 2, der Gruppe D und des Referates 3. I have not given any orders, nor have I met any arrangements, I had no connection whatsoever with these affairs. The files, the files, which are in front of us here in these documents, point very clearly to the markings of Bureau 2 Division D, Section 3, this is a degree that was not my department at all. Und auf Seite 6, auf Seite 10, ist ersichtlich, dass direkt zwischen dem Amt 2 und einmal dem Befehlshaber im Ostland und zum anderen mit dem Befehlshaber in Belgrad der Kontakt aufrechterhalten wurde. Ich komme dann zu dem Ehre. Ich komme dann zu erwegen, ob es nicht die humanste Lösung ist, die Juden, soweit sie nicht arbeitseinsatzfähig sind, durch irgendein schnell wirksames Mittel zu erledigen. Auf jeden Fall wäre dies angenehmer, als sie verhungern zu lassen. Punkt 5. Paragraph 4. Towards the winter, the danger exists that it would be impossible to feed all those people. The question is raised, would it not be a more human solution to cause that those who are not fixed work Im Übrigen wurde der Vorschlag gemacht, in diesem Lager sämtliche Gütinnen, von denen noch Kinder zu erwarten sind, zu sterilisieren. Damit mit dieser Generation tatsächlich das Judenproblem restlos gelöst wird. Punkt 5, das ist eine Opposition, zu sterilisieren all Jewishwomen, von childbearingen age, so dass die Problemen der Juden, in der Fall, in dieser Generation, ohne any remnants und off-space zu werden. Was ist das Schreiben zugegangen und was ist darauf veranlasst worden? I questioned the witness that he received this document and what happened later. Wenn mir das Schreiben zugegangen wäre und ich es in meinen Händen gehabt hätte, so würde ich mich ganz sicherlich, trotz der 20-jährigen Vergangenheit, zufolge seines drastischen Inhaltes, entsinnen können. Ich kann daher wahrherzgemäß versichern, dass ich diese Schreiben nie bekommen habe. Ich kann im Anschluss daran noch an die bisherigen Erleiterungen noch versuchen, festzustellen, ob dieses Schreiben überhaupt abgegangen sein kann. Und zwar, in dem Anschreiben heißt es, ich wäre Ihnen gelegentlich für eine Stellungnahme dazu dankbar. Links heißt es ZTA zu den Akten. In solchen Fällen war es bürokratisch üblich, den Vorgang nicht zu den Akten zu verfügen, sondern auf Wiedervorlage zu legen. Und das ist die Frage, ob es möglich ist, dass dieser Schreiben überhaupt nicht zu verabschiedet wurde. Es sagt, hier, ich werde Ihnen bedanken, um zu verabschieden, um diese Dinge zu verabschieden. Und dann, was ihm sagt, zu befehl. Nun, in Begründungen, wo nicht alle Taieckchen, die alle haben erwartet, sie hätten nicht die Notation, zu befehl. Aber eine andere Notation hätte, zu resubmitten. Wäre für mich dieser Vorgang, hätte ich ihm bekommen, die erste Andeutung gewesen auf die physische Vernichtung der Juden, wohingegen ich mich genau entsinnen kann, dass die erste diesbezügliche Äußerung, die ich hörte, von dem Chef der Sicherheitspolizei, S.T. Heidrich, fiel, zeitlich bedeuten später. Kmuchan, ilu behanet, ki balti nechtan kaze, ala alihze, harremes harishon, asher aichin karoato, der erste Indication I had ever received, der erste Gint, von der Intention, zu befehl. Und dann, wenn ich genau so habe, dass, wenn ich so etwas, so etwas, so etwas, für die erste Zeit, das war viel später, war der Chef der Sicherheitspolizei, der S.T. Heidrich, bemerken. Und das, falls sich dieser gegenständliche Vermerk, beziehungsweise Vorgang, um das Original handeln würde, würde es unterschrieben sein. Falls es sich um das Doppel handeln würde, müsste es signiert sein. Keines von beiden ist der Fall. Weder die erste Seite ist unterschrieben, noch die letzte Seite. So viel da habe ich dazu, und wir werden. Das ist die letzte Seite, und das ist die letzte Seite. Ich würde gerne sagen, dass wenn diese 、 eine richtige Memorantik hat, In the perfect piece of correspondence, it would have to have a sign. If this were to only be the copy which was sent off, then it would have to be signed, as I say. Alternatively, if this were to be the copy, it would be initial, but we see no signature, no initials on this document. That's what I wanted to be around. This was one of the Polish documents from New Orleans. We received this document from Poland. That is, this is a copy from the UWZ from Poland. Stamp comes from Poland and not the received office. This is the office in Poland, says Mr. Housley-Pick. And this is a copy which was found in Rosen, published by the Royal Commission. The next document is TAF 685, original number 949, dated the 24th September 1941. Heidrich, an Ribbentrop-Inhalt. Heidrich erklärt, die Kennzeichnung ist allgemein gebillig, also fallen auch die ausländischen Juden darunter. Aber im internen Verhältnis will ich entgegenkommen und nicht auf der Durchführung bestehen. Das ist ein Buch von Heidrich zu Ribbentrop. And according to the content, we see that Heidrich declares, that in general the question of the marking of the Jews was confirmed, including Jews from abroad, foreign Jews, but considering internal relations, I am inclined to compromise and not to denmark the marking of foreign Jews. Herr Zeuge, die Anklage hat ausgeführt, dass das Schreiben auf Ihre Veranlassung zurückzuführen sei. Können Sie sich dazu erklären? Jawohl. Can the witness say, in regard to the description by the prosecution, that this letter, as it is, your initiative, can you express your opinion in connection with this letter? Yes. Als erstes darf ich sagen, dass dieses Schreiben vom 24. September 1941, das eben genannt wurde, eine förmliche Antwort Heidrichs auf die Vorstellung des Büros des Reichsaußenministers bezüglich der Wünsche des Reichsaußenministers ist. Zwischen diesen beiden Briefwechseln nun wurde die Polizeiverordnung erlassen. Ich konnte vorhin zum Ausdruck bringen, dass sämtliche Zentralinstanzen hier, soweit sie beteiligt waren, an dieser Polizeiverordnung arbeiteten, wie der Inhalt es ja auch zweifelsfrei ergibt. Nun ist es mir bekannt, dass die verschiedenen Stellen der Partei, in Sonderheit die Parteikanzlei, hier einen, ich möchte es mal mit sturen Ausdruck bezeichnen, einnahmen, und nicht immer die Wünsche der einzelnen Ressorts gebilligt und berücksichtigt wissen wollte. Ich kann heute beim Studium dieser Vorgänge ohne weiteres unterstellen, dass zu jener Zeit der seitens des Auswärtigen Amtes zu diesen Ressortbesprechungen abgesandte, es mag sein Legationsrat Rademacher, sich vielleicht zu schwach gefühlt hat, um dieser Pression den nötigen Gegendruck entgegenzusetzen, sodass es notwendig war, dass das Reichsaußenminister, Ministerium in Form einer Note, den Chef der Sicherheitspolizei hier ermahnte, die Juden ausländischer Staatsangehörigkeit gehören in mein Ressort, bitte nichts zu machen. Und inzwischen wurde am 15. September 1941 die Polizeiverordnung erlassen. Heidrich befahl daraufhin die Abfassung eines Schreibens nach den Stichworten, die er befahl. Und in diesem Schreiben gibt er förmlich triumphierend dem Reichsaußenminister zur Kenntnis. Ich habe sowieso diese Wünsche berücksichtigt, siehe in der Polizeiverordnung sowieso, wonach die Juden ausländischer Staatsangehörigkeit ausgenommen wurden. Aber ich möchte doch bitten, dass, falls außenpolitische Bedenken in Fortfall kommen können, diese Angelegenheit nochmals mit mir besprochen wird, zwecks General Al-Fassung. Ich glaube, Sie haben nicht gehört, und das ist nicht das erste Mal. Sie haben nicht gehört, das ist das erste Mal. Sie haben nicht gehört, das erste Mal. Sie haben nicht gehört, zu sprechen über die Konten dieser Bibel. Sie haben eine Frage, die Begründung des Stichworten, in der Beschreibung des Stichworten. Sie haben eine Frage, die Argument von der Prostitution. Sie haben alle Dinge, die Draftung des Stichworten. und ich glaube, Sie haben die Frage nicht beantwortet. Sie wurden nicht befragt, den Brief im Allgemeinen zu beschreiben, sondern Sie wurden befragt, was Ihr Anteil an diesem Schreiben war. Alles andere ist, Ihr Anteil an diesem Schreiben war. Alles andere ist augenblicklich überflüssig. Es ist augenblicklich überflüssig. Überflüssig. Heide, ich bin Rishit. 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 Heide, 24 September 41. War Xhil, hat den Ethanum vor. Das war die Regulierung der Regulierung der Regulierung. All authorities which were also taking part in this matter as their contents prove. It is clear, it is known to me, that various party officers and especially the party central office clogged pressure, if I may use this expression, a limited amount of pressure, and did not wish to concern themselves with the requests of various departments. It seeks to be that the representative of the Foreign Office here and the advisor of the delegation, Radha Lacha, considered himself too weak to use counter-pressure. And therefore, this support mentioned from the Foreign Office to the Security Police, this writing is a result of this lack of counter-pressure. The Jews, the foreign Jews, are in our borders and nothing can be done about it. In the meantime, there was the police regulation in September 41, and Heidrich ordered to draw up a letter according to the directions written by him, informing the Reich Foreign Ministry with a kind of joy of success, that I have considered your requests, and there were reservations made in regard to foreign Jews. anten Specs of agreement The presuppóst mayor was one of the past 25anki the brief but it seems to have been written on the position of order, the pulling of the protection in total our� gerekiments was in the first place, however, it would have beenериated from the allesßense or different that everything is available. After the Coldest dispost immun幸 mean to Сев ATU, the Mobil selbst was the jurisd гор lifting ofgr worry at the permit has come. In der Regel wurde er je nach Empfänger einige Male umgeändert und es wurde gleichzeitig vom Amtschef durch Farbkreuzverfügung dem Dezernat mitgeteilt, ob er als Amtschef dieses Schreiben zu unterschreiben wünscht oder ob dieses Schreiben der Chef der Sicherheitspolizei zu unterschreiben wünscht. Diese Beisung geschah durch ein blaues oder durch ein Loch aus Schoenberg. Das ist auch ein Gefühl, um die Begegnung zu dieser Einzelheiten ein. Das ist allgemein wichtig. Es handelt sich jetzt nicht darum, allgemeine Punkte machen, außer wenn sie dazu aufgefordert werden von dem Verteidiger oder dem Ankläger, sondern hier werden spezifische Fragen gefragt und da auch keine spezifische Antworten zu ergänzen. Das ist die Unterschiede zwischen diesem Verheuer und dem, was er mit 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 dem. Hier gibt es eine Art und Kompetenz. und nicht nur für die Ausgaben, sondern auch für die Ausgaben, Das ist die Frage. 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 Die Frage. Das ist 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 die Frage. die Frage. Und die Frage. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Die Frage. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Das ist die Frage. weiter entsprechend bearbeitet und hatten die dementsprechende Berichterstattung in Berlin abgegeben, so dass als Zielstation Litzmannstadt genehmigt wurde. Später ist man darauf gekommen, dass gewisse Angaben, die da gemacht wurden bezüglich Litzmannstadt, nicht ganz stichhaltig gewesen sind. A short time before, I had traveled by orders of legislation in my rural area on a service trip of business people in the east and there I saw the preparations for the physical installation. And since we're dealing here with the first big deportation wave from the Reich, 20,000 people, if we ignore for a moment the previous 16 inauguration. And since here for the first and last time I had a choice of and this choice was given to me by the chief of my bureau of sending two alternative ultimate destinations for me. One was Lodz, Litzmannstadt, that's what I was told then, if there are difficulties in Lodz, these people must be sent onwards to the east. And as I said, since I had seen the preparations, I was determined to do all I could to send these people to Lodz by all means available at my disposal. I reached agreement about this with the chief of the state secret police locally and both of us approached the Keto administrator and worked him over. And eventually a state of affairs resulted where these people were sent to Lodz. Later on, I learned that certain facts which we had presented to Lodz were not quite truthful. The next documents that were presented to Lodz. I can now go over. It's the case of the Wehrmacht. We're in charge of the equipment. In the case of Lodz. In the case of Lodz. In the case of Lodz. Lodz. Werden die Interessen der Warte immer mehr Erinnerung, die sich sehr interessiert hat, die verschiedenen Worte in den Schatten zu kommen, die sich um die Worte der Morte aufwärts haben, die sich um die Worte der Strecke auswärts sind. Und die Worte der Worte aufwärts ist, dass wir die Worte aufwärts sind, die sich um die Aber es gab eine Konflikt, die sich um die Worte anwärts zu vertreten, Herr Rottunenhaus, ich vermagte der Schittag, Herr Rottunenhaus, Judge Haleibi, wollen Sie sagen, dass Sie diese Methode, die hier beschrieben wurde, als horse-rading, in order to save Jews? Was ist Ihre meaning? Klar zu machen, habe ich persönlich nicht diese 20.000 Juden nach dem Osten fahren lassen wollen, sondern nach Litzmannstadt, wo ich wusste, dass dort keine Vernichtungsmaßnahmen vorbereitet sind. Since I had the choice personally to determine the destination of these deportees, I did not want these 20.000 Jews to travel to the east because I knew that extermination was facing them there, I wanted them to go to lodge, where I knew that no such preparations were being prepared. Ich komme zu dem Dokument Taf 714, das ist Dokument 504. Now I come to the number 23, the original number 404. Das Dokument enthält zwei Schrauben. The document consists of two letters. Ich habe mich hören, das Essen-Polizeiführers Wien vom 27.10.1.40 als Begleitschrauben zu dem nächsten Schrauben des Chefs der Ordnungspolizei der Lüge vom 24.10.1.40 This is a covering letter of the SS number of Vienna on the 27th of September 1931. As I said, this was a covering letter to another letter sent by Das letzte Schrauben von der Lüge Das letzte Schrauben von der Lüge vom 24.10.41 ist ein Schnellbrief über Abtransport von 50.000 Jungen aus Hohen und Meeren zur Verbringung in die Gegend um Riga und um Minsk. The second letter is the letter of the Lüge This is a letter referring to the Transparence from Bohemia to Mooravia with the Art of the Judgment to the area near Riga und Minsk. Could the witness comment on this particular letter and could he tell the court whether he himself had a share in the implementation of the Transparence and Evacuator if he had any share as it is stated the Consecutive Interpretation is the only one. Go ahead, sir. Diese Evakuierung war die zweite Evakuierungswelle. Hier waren seitens meiner Vorgesetzten die Zielstationen Minsk und Riga klar befohlen. Hier musste mein Dezernat gemäß diesen Befehlen mit dem Reichsverkehrsministerium den Fahrplan erstellen. Diese gegenständliche Urkunde zeigt lediglich die Anweisung des Chefs der Ordnungspolizei zwecks zur Verfügungstellung von Organen der Ordnungspolizei als Transportbegleiter. Die Dokumente, die hier vorliegen zeigen nicht das Dokument aus dem hervorgeht dass diese Evakuierung von Heidrich befohlen worden ist bzw. ich muss mich verbessern von Himmler befohlen worden ist und für den sicherheitspolizeilichen Sektor Heidrich den Funktionsbefehl erließ, genauso wie hier für den Ordnungspolizeilichen Sektor der Lüge den Funktionsbefehl erließ. This was the second wave of elaboration Und seit hier meine superiores clearly designate die final destination in welchen diese Menschen die Riga und Minsk die Riga und Minsk die All I could do muss get in touch mit der Reichsministerie der Transport und work our timetables. This document does not include the directives which were issued in connection with these deportations. These were merely instructions to the Border Police to assign Guard Units and Escort Units to be deportation transport and these are not documents which say that would show that Heydrich I'm sorry rather that Schimler ordered these deportations it was the second just as Heydrich gave his orders to the Security Police Sector so Der Lüge gave his orders about the Order Police Sector. Urkunde 1193 Now I come over to T294 original number 114 114 119 This is a memorandum referring to a meeting chaired by Heidrich in October 1941 and there is a agenda the solution of the Jewish problem in the territories of the Correct and Marego and in the preamble the list of the participants of the meeting is featured I refer to page number 2 here are the following is stated I quote in the next week should the 5,000 Jews from Prague be evacuated in the 5,000 Jews evacuated in the position of the operation in the operation area in the region this is already Nach Angabe von SS-Sturmbannführer Eichmann eingeleitet. In den nächsten Tagen gibt es ein Programm für 5,000 Jusik-Prag. SS-Brigaden, Scherer, Neibe und Bravo, could include also in the transports for the camps, also young communists. Young communists could be included in these transports. Reparations had already been made in accordance with the announcements made by Obersturmbannführer Eichmann. Yes, the subject here. The negotiations with the rights transport in this field with regard to the tables, negotiations which already were in progress then. Die nach Riga oder Minsk evakuierten Juden getötet wurden, davon hatte auch das Referat 4b4 keine Ahnung und wurde 4b4 auch nicht gesagt. Ich darf in diesem Zusammenhang auf eine Ereignismeldung, die Tafnummer habe ich leider nicht, Staatsanwalt Nummer 1092. The fact that the Jews who were deported to Riga and Minsk were destined to be killed, was not known at all to the Department for before, and our Department was never told. May I, in this connection point to the document 1092, I do not know the exhibit number unfortunately. 305. This is T305. Tafnummer stimmt, ich habe hier Dokument 192 ausgeschrieben, das wäre Taf 292. 192 ist ein Irrtum, es muss 1092 heißen. Das ist ein Irrtum, es ist ein Irrtum, es ist ein Irrtum, es ist ein Irrtum, es ist ein Irrtum. No, no, this is Dokument 192. Das ist ein Irrtum, worin es auf der letzten Seite, im letzten Absatz heißt, dass der höhere SS- und Polizeiführer in Riga, SS-Obergruppenführer Jekyll, inzwischen eine Erschießungsaktion in Angriff genommen haben und am Sonntag, den 30.11.41, circa, es ist schlecht geschrieben, es kamen 14.000, 14.000 Juden des Rigaer Ghettos und eines Evakuierungstransportes aus dem Reich beseitigt. Die Aktion sollte ursprünglich und so weiter, das anders, und hier also hat der höhere SS- und Polizeiführer in Riga von seinen Zuständigkeiten und von seiner örtlichen Befehlsgewalt Gebrauch gemacht. Also, es ist in der Dokument, in einer der Pagesse, in einer der Paragraphen, dass der Senior Police und SS-Commander in Riga, Jekyll, was his name, carried out an operational shooting by killing on the 31.11.41. über 14.000 Juden, I can't read the number here very clearly, yes, 14.000 Juden, were shot from Riga und von an evacuation transport, which had just arrived. They were removed, liquidated, Um diese Zeit ist die elfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz noch nicht ergangen gewesen. Ferner stand die Wannsee-Konferenz noch bevor. Und zum dritten glaube ich mich zu entzinnen, dass diesen Transporten auch Ausrüstungsgegenstände aller Art mitgegeben werden mussten. Reshid, first of all, Regulation number 11 was not yet then enforced. This is Regulation number 11, 10 Amendment to the Rice Citizenship Law. In addition, the Wannsee-Konferenz was yet to come. And thirdly, first of all, by recollection, there were regulations then about having to equip these transports with various types of equipment. Ich meine, dass damals die Anordnung so hieß, dass im Osten große Lager gebaut werden, worin die Juden aus dem Reichsgebiet untergebracht werden. So dass selbst das Dezernat 4b4 der Auffassung und Meinung war, dass die aus dem Reich nach dem Osten deportierten Juden hier in diesen Lagern versammelt wurden. Finally, to the best of my recollection, the directives then stated, that in those big camps in the East, the Jews will be settled, the Jews will be settled, the Jews will be settled every camp from the Reich. So that even Departments 4b4 had the distinct conception that the Jews who were being imported from the Reich to the East, were to be housed in these big-class connections that the Jews will be contradicted to the previous stage, that you have already seen, exterminations of the Jews. und im Osten gesehen hatten im Gegensatz? Jawohl, an sich ja, Herr Richter. Aber ich hatte damals gemäß der Eröffnung von Heidrich die Mitteilung bekommen, dass es sich um im Osten ansässige Juden handelt. Aber es war alles der Auffassung gewesen, dass es sich, nachdem es sich hier um Juden aus dem Reichsgebiet mit reichsteuerischer Staatsangehörigkeit handelt, dass diese Juden nicht unter die für die Einsatzkommandos an sich geltenden Bestimmungen fielen. Und es war ja, Herr Richter. Ja, Herr Richter. Ja, Herr Richter. Aber we thought that Jews who had German nationality and who had come from the territory of the Reich, this was not applicable to them. This is a letter sent to the 40th anniversary and sent directly to Lutha. The letter makes reference to admittance of the 19th century to Moutna residing in an unoccupied to France. This application can turn down by, I've got a comment on this. Yes. Yes. So, Entscheidung dieser Art fehlte stets und grundsätzlich der Amtschef, nicht der Referent. Ich machte hier von meinem Rücksprachrecht und von dem Recht, mir Weisung erteilen zu lassen, gebraucht und ließ mir auch in solchen Fällen die Weisung meines Vorgesetzten gebe. Und gemäß dieser Weisung hatte ich dann zu antworten. Die Situation dieser Art fehlte wurden immer, als ein Matter of Principle, durch den Head des Offen, und nicht durch den Head des Sectiones. Und in solchen Fallen habe ich immer eine Interview mit dem Head of the Office bekommen und in diesem Fall habe ich seine Direktiven und in diesem Fall habe ich seine Direktiven und antwortete accordingly. Im Durchschnitt zweimal zur Rücksprache bei meinem Amtschef anzutreten, wo solche und ähnliche Fälle geklärt wurden und mir die nötigen Direktiven erteilt worden sind. Ich musste zweimal zur Woche, bevor der Head of my Office, um zu entscheiden und zu klarstellen, die Maßnahmen dieser Art und Natur haben seine Direktiven bekommen während dieser zwei Gespräche. Das nächste Dokument, TAF 679, waren Sie mit der Begriffsbestimmung Jude und damit der Entscheidung über das Schicksal der Einzelnen befasst? Mr. Witness, were you involved in the question of determining, defining the concept Jew and thereby in deciding individual faiths with regard to the confiscation of property and other matters? I had no question I was talking about, but this was a pure legal betta. Ich möchte das Gericht aber darauf hinweisen, dass ein Teilnehmer Dr. Löser vom Reichsministerium ist... Herr Präsident, was ist, ich glaube, das habe ich bereits erklärt, hier im Court, dass Sie ein Gespräch vorbereitet haben. Herr Präsident, was Sie aus dem Vermerk in den Zusatz zu den Sassen-Dokumenten? Herr Präsident, was Sie in der Frage? 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 Er Mund, was Sie in der Frage? Herr Präsident, were you ready to repeat once again your explanation, how it came about that you were asked to prepare this speech? als Vorbereitung für die Wannsee-Konferenz das Zahlmaterial zusammenzutragen, was Heidrich in seiner Ansprache zu verwelten gedachte. Ferner einen Generalüberblick über die bisher in den letzten Jahren durchgeführten Maßnahmen bezüglich der Auswanderung, ihre Schwierigkeiten und ihre Ergebnisse. Diese, meine Sammelarbeit, wurde in den ersten sieben Seiten, wie ich jetzt wiederum feststellen konnte, im Wesentlichen zusammengetragen, wobei es mir aufgefallen ist, dass gewisse Hauptbeunten, die ich hier sah, nicht meiner Feder entstammen, sondern dem Munde Heidrichs, der diese Rede, wie soviel ich bemerken konnte, alle seine Reden sehr frei hielt, entstanden. Er machte zuweilen, dann auch... Ich wurde in den letzten Jahren durchgeführt, wo Herr Schäuble, der Herr Schäuble, der Herr Schäuble, der Herr Schäuble, in ein General Survey of all the operations that had been carried out in the course of the last years, in the realm of the immigration of Jews. Es musste ein General Survey of the results and of the difficulties of the operations in question. Die Schäuble, die Herr Schäuble, der Herr Schäuble, der Herr Schäuble, der Herr Schäuble, der Herr Schäuble, die ich bemerken konnte, in den letzten Jahren, die ich bemerken konnte, dass Sie nicht're of a fire которую bemerken konnten, in den letzten Jahren, der Herr Schäuble, der Herr Schäuble, der Herr Schäuble mit der Herr Schäuble, Hier untergehört der Satz am Ende der Seite 7, unter entsprechender Leitung sollen im Zuge der Endlösung die Juden in geeigneter Weise im Osten zum Arbeitseinsatz kommen. In großen Arbeitskolonnen unter Trennung der Geschlechter werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt. Dieser Satz konnte gar nicht von mir stammen, denn er erschien hier zum ersten Mal anlässlich dieser Bannsee-Konferenz und war mit ein Kernpunkt der neuen Ordnung, die Heidrich bekannt gab. According to which Jews were beermarked for special labor effort, and they were to be sent within the framework of the final solution to the eastern territories. As I said, this was to conform with the framework set for the labor effort in the east. And the labor columns were to be formed, and a separation was to be carried out between the sexes, so that the Jews fit for work would be brought within the framework of the plan, and would be employed in the construction of the roads. As I said, this particular passage couldn't have possibly stemmed from me, and the remarks couldn't have possibly been ascribed. As I said, this particular passage could be implemented as a turning point in the policy towards the Jews, and this particular policy appears for the first time in the Bannsee-Konferenz. Of course, it is so much, thank you so much. Thank you for that. Thank you, Mr. President. Mr. President, you're ready for the response from this. Mr. President, I won't take your attention. He will always be at the handofford. Mr. President, I will fight against you. He'll be at the line of my turn. You should go. Mr. President, I will agree with us. That is what he's been at the line of the model right now. He was going to start those settings. He's being at the line of the moment. Untertitelung des ZDF für funk, 2017